Hör ich schon wieder! Marussi, ich jetzt so leise. Hast du eine Zigarette übrig? Eine Reise durch den Wahnsinn, durch Licht und Dunkelheit. Was brauchen wir? Trinken. Ihr kriegt nicht immer mehr Bier, oder? Ja. Da hast du noch einen Gin, bitte. Da ist meine. Man muss wohl erst ganz unten sein, um oben zu bestehen. Mein Traum ist halt ein normaler Job. Und das andere mache ich nur, wenn ich wirklich pleite bin. Ja. 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 Ja.